Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich eine Herdanschlussdose für zwei Geräte wie zum Beispiel Backofen und Kochfeld fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnitz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann können wir auch schon loslegen. In meinem Fall kommt mit einer fünftartigen Leitung 5x2,5mm² in unsere Hohlwanddose hier hinein und jetzt muss ich erstmal das Ganze um ca. 10cm abmanteln. Als nächstes kürze ich alle Leiter außer den Schutzleiter mal um ca. 1cm ab. Dadurch ist nämlich jetzt mein Schutzleiter auch etwas länger und falls im allerschlimmsten Fall irgendwie im Nachhinein mal diese Herdanschlussdose herausgerissen werden sollte, dann fällt dieser Schutzleiter auch als letztes und wir haben einfach den maximalen Schutz. Danach kann ich alle meine Leiter mal auf genau 11mm abisolieren, so wie es anschließend für meine Klemmen auch passend ist. Und ich kann die Herdanschlussdose danach von vorne auch schon auf meine entsprechenden Befestigungsschrauben raufgeben, dann das Ganze entweder mit einer Wasserwaage oder solchen vorgefertigten Linien noch ausrichten und natürlich die Schrauben auch dementsprechend festdrehen. Wenn du jetzt übrigens eine Unterputzdose anstatt einer Hohlwanddose hast, dann könntest du auch noch so einen speziellen Aufsatz hier verwenden, den kann man einfach hier von vorne aufklipsen und dann anschließend diese Spreizkrallen hier zur Befestigung in meiner Unterputzdose verwenden. Als nächstes kann ich meine Leiter auch schon in die dementsprechend vorgesehenen Klemmen geben und das Ganze natürlich auch befestigen. Bei meinem Modell ist hier rechts unten nur ein Zeichen für den Schutzleiter, hier in der Mitte muss der Neutralleiter drauf und die drei anderen Klemmen sind jetzt frei verfügbar für meine drei Außenleiter. Bevor ich das aber mache, ist wirklich ganz wichtig, dass die Belegung von den Leitern auch unbedingt richtig ist. Der grün-gelbe Schutzleiter muss auch auf jeden Fall durchgehend sein, der blaue hier ist immer mein Neutralleiter und braun, grau und schwarz sind meine Außenleiter. Sicherheitshalber sollte man das davor immer noch nachmessen. Bei alten Anlagen kann es übrigens auch sein, dass wir zwei schwarze Außenleiter noch haben, dann bedeutet das einfach, dass der schwarze hier mein grauer ist und wir können diesen natürlich auch dementsprechend in eine von diesen drei Klemmen hier hineingeben. In welche ist übrigens vollkommen egal, da ein Herd einfach kein Drehfeld benötigt. Die Herdanschlussdose ist somit auch schon fachgerecht angeschlossen und jetzt muss ich mal noch hier eine flexible Leitung dementsprechend anschließen. Diese Herdleitung hat einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter. Ich habe meine Leiter dementsprechend auch schon wieder auf 11 Millimeter abisoliert und den Schutzleiter etwas länger gelassen. Und jetzt muss ich mich nur an den Farben orientieren und das Ganze in die entsprechenden Klemmen hineingeben. Bevor wir mit der Ofenleitung weitermachen, schaue ich, dass ich meine Leiter hier oben sauber verlege und danach kann ich dann nämlich auch meine Zugentlastung hier unten bei den zwei Schrauben schon ordentlich festdrehen und somit ist nämlich die Herdleitung jetzt auch schon fest. Für die Ofenleitung sollte man übrigens auch eine dreiartige flexible Leitung mit einem Leiterquerschnitt von ca. 2,5 Quadratmillimeter verwenden. Ich habe jetzt leider nur hier mal eine starre Leitung mit 1,5 Quadratmillimeter, doch zum Zeigen reicht es ja auf jeden Fall aus. Und auch hier habe ich das Ganze wieder auf 11 Millimeter abisoliert und natürlich den Schutzleiter wieder etwas länger gelassen. Danach natürlich meine Zugentlastung nicht vergessen, die ziehe ich wieder ordentlich an und jetzt geht es darum, dass ich bei meiner Abdeckung mal noch eine zweite Öffnung hier rein mache, doch da ist das Ganze auch schon ordentlich vorgestanzt. Ich habe den Durchgang mit einem Cuttermesser mal noch etwas sauberer nachgeschnitten und jetzt kann ich nämlich diese Abdeckung auch schon von oben auf meine Herdanschlussdose draufgeben und somit haben wir auch schon diese Dose jetzt mit einer Herdleitung und vor allem auch mit einer Ofenleitung fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Herdanschlussdose, eine Herdleitung oder auch eines der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.